hey leute was geht und willkommen zu einem neuen rocket league video und wir spielen heute ranked mit silas im 2 was 2 nicht und nein das war fast das erste tor gewesen schade und leute ich bin dabei das muss ich hier natürlich noch nicht habe ich auch gar nicht heute ist wieder nie nein bitte ich will nicht so viel liebens einblenden hat ich würde ihm jetzt sehr gerne mit dem schon wieder ein Video gemacht und für zwei jahren für in zwei jahren ich will das Video nicht auch mit auch wieder zwei jahre vorbeifahren da kommt jetzt dass der Profi Digga in den Rhein der Profi Digga der Profi Digga Fock! Oh mein Gott! Fuck! Oh mein Gott! Au! Oh was? Er macht ihn nicht! Ich schubste dich jetzt rum! Nein Spaß! Also wenn er gegangen wäre hätte ich gleich easy klapper gehabt Ja schade Easy klapper hätte ich nicht mehr gehabt Er wollte mich auch noch boom Digga! Eherloder! Ehh! Ehh! wenn doch die Leute die sich Jäger das mache ich mir in der Stadt Sound piep ich das aus der Koppel auszutiefen aber ich kann das machen Jäger aber dass wir jetzt hier auch sprechen wir haben Bock auf der Box 2 das ist so einig und er hat sich die Namen von den Leuten alter manchmal so ein Jahr er süper sich einfach Jäger genannt könnt ihr euch ja vorstellen dass er ist mit O ich blende einfach XYZ ein nein ok reicht jetzt mal XYZ ALTER NOLL JA geil Tor 2 0 du musst schreiben hier kommt der einfach angetäuscht Addis Namens angetäuscht du 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 die sind nicht so gut jetzt also jetzt war auch nicht aber die auch nicht wir sind besser ja OHA das war geil YES SIR YES SIR ey guck das war geil Digger ich hätte einfach nicht aus dem Wetter gefahren ich hätte keinen Bock mehr jetzt habe ich einen richtig guten Clickbait Titel was ich kann so Titel schreiben er macht das krasseste Tor aller Zeiten wachwoll das ist ja kein Kickbait naja sorry so ein bisschen nur ich wusste nicht ob du drauf gehst was war das denn ja alles gut fuck eh fuckwoll oh nein das war nicht so gut ja ja moin nöööö ich hab kaputt ja mein schrei nicht so ey ich hab ne neue beleidigung gerade erfunden ja krass aber das glaube ich keine beleidigung doch ne ne ist keine beleidigung dann ist es also doch keine beleidigung alter du hast so einen hehehe das hast du aber nicht gerade eben erfunden ne Alice Namest Spongebob oh nein dieses Video wird so shit sein Alice Namest in Waldus aber wir müssen das hier gewinnen oh mein Gott was war das geht der rein BAU NEIN er saved BAU fuck ass fuck boy ey wir führen los ja ja ich weiß aber jetzt nicht mehr ok doch die sind los mhm beide sind nicht los die sind los ey du ist los danke ich weiß nein jetzt hab ich kein boost mehr ja okay das war wirklich dumm das war Leute so einen da hätte ich auch gehabt mhm 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 wir sollen jetzt mal aufhören mit den Mimes das ist lustig ich leute hier nicht rein ey Leute wenn ihr Memes haben wollt guckt bei Max Huber ja ich seh's schon komm es wird halt einfach das Meme Video ja schau ne es war nicht ne es war nicht oder egal Meme Day eh nein eh fuck boy so billig so billig ich bin grade so schlecht was ist da los pio bau 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 hey Leute ich bin ein bisschen der kälte ne sorry äh kann ich auch nicht kür aber ich war Mike angesteckt ey was ey was ey was das ist schlecht aha bau nein ich dachte der kommt die nicht an den hat er nicht den hast du jetzt nicht bau den hat er schon auch junge nein oh nö jetzt ist die Sonne ja ey was ist das scheiß Tor was ist das scheiß Tor guck ok Leute wir kommen zu einem neuen Video heute spielt mir ein Spaß äh äh die Runde hat keiner gesehen wir fangen jetzt an mit dem Video die Runde hat keiner gesehen wir fangen jetzt an mit dem Video so Leute bekommen wir dann nächste Runde oh äh ihr seid richtig äh aber freundlich was ja moin ok ja wir kommen in der nächsten Runde genau eben nichts passiert wir haben gar nicht verloren oder so alles gut ihr habt den nicht gesehen oder so ich klau das Tor mein Spaß er hat ihn er hat ihn er hat ihn ey komm du musst fahren ne nö doch was oh was ja nö doch oh was ja komm ey wie krass ist er denn boah ey dein Ernst danke jetzt hab ich keinen boost BAM er hat ihn rein ha 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 ich frag mal hier kommt er das ist so lost äh ja es ist halt Lack er hat Lack er hat Lack er hat einfach Lack er wäre halt eh gegangen er wäre halt eh gegangen und der Typ kam halt auch eh ne eventuell der Typ kam aber ach Junge ich hätte keinen Bock dem anderen das Tor zu können das war das Ding so wirst du ja ja und lieber dem Tor und den Weg weil der hat das verdient hat auch schlicht auch mit der Wette mit der Wette mit der Wette mit der Wette warte er hat er hat es er muss ja so mein Bremsen ist nicht alles gut alles gut er hat jetzt machen wir keine Lebensreibe ne ich mach keine Lebensreibe ne ich mach keine Lebensreibe ne ich mach keine Lebensreibe für die nächsten 50 Videos oder so kann das Video dauert eh zwei Stunden zu schneiden das so ne ne für mich nur diese Kunden er fällt ich nicht ich schlisch mache nur so Hoherweil ich hab keine Bock auf den Rest haha ich wollte die eigentlich bampen mach doch mal das mit Schwiggert mit dem Bielenski was noch hehehe ja ich kann Schwiggert einblenden mach doch mal rein Schiggert mit Bielenski ich will der jetzt schon wieder verkacken Na du so klar wie weit bin ich geflogen ja ich ohne Bußesdorf ich ohne Bußesdorf jetzt go weiter oha evie hä wie hä Junge er outplayt es so hart Junge ist schon wieder den Buß gebucht ja ich bin irgendwie auch gerade voll schlecht BTF Puls Spicey hat mich schon für eingeladen in ihrem Mund inhalt Puls wie ist dein halb ey was das für ein Turnier Treffens 3 ne äh ich hab keine Ahnung wir spielen gleich schon hier Leute falls ich es noch nicht wusstet soll ich den mittleren Döner einladen mittleren Döner vielleicht muss man gleich mal gucken ja okay ich glaub die Runde die wird's nicht ja 3 0 ja deswegen tschau okay tschüss okay tschüss hey der geht das ist der Tor yes sorry ich weiß wie wär der auch so gegangen ich bin mir nicht sicher ja doch der wer aber der Typ ist in der Insel aber hätte ich bekommen wenn man ein Tor in meinen ein Tor ist gut welchen links ja schön er sagt wo er geht er bei sich gewohnt als scheiße als schüchtern und die sie ist als türi oder heißt es gibt sie ich falle ist man kann glaube ich beides sagen aber kann auch typ sein ja das stimmt was klingt die jungen hat sich auch zurück er geht nicht der der war die jahr wahrscheinlich oder wie das oder brotts leck hilfe ich bin zu groß was machst du wie was mach ich ja eh nix art mann du tust existieren was kann man das sagen du existieren was richtiges deutsch ist es nicht ja komm die runde ist doch ach scheiße du Bis zum nächsten Mal.